Grüne Wiesen, gespickt mit schönen Blumen. Blaue Ozeane voller Korallen und Meerestiere. Idyllische Berglandschaften. All dies ist bedroht. Nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch unnötige Müllproduktion. In Zeiten wie diesen braucht es mutige Denker, die kühn genug sind, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und genug Freizeit haben, sich den intelligenten Kopf über solche Dinge zu zerbrechen. Es ist Zeit für neue, unkonventionelle, progressive Ideen. Denn jeder kann etwas tun. Ach die Natur, herrlich. Natürlich habe auch ich die letzten Jahre die Debatten um Umweltverschmutzung und Klimawandel mitbekommen. Und wir sind ja auch wirklich auf einem guten Weg. Ich meine, wir haben Strohhalme verboten und die Leute fahren weniger Auto. Natürlich des Klimas wegen. Aber eins der großen Problemfelder unserer Zeit konnte die Klimabewegung leider nicht lösen, weil sie halt meistens, naja, Kinder sind, oder? Die Rede ist natürlich von Sex. Jedes Mal, wenn ich eins meiner unzähligen Fangirls wegbomse, gibt es zwei Szenarien. Entweder sie nehmen die Pille, wodurch eine ganze Menge Hormone ins Grundwasser kommen. Wenn wir für kleine Gangster gehen, gelangen Östrogenrückstände ins Grundwasser. Oder es kommt einer dieser Bad Boys ins Spiel. Und bei Szenario 2 gelangen jedes Mal 3,38 Gramm Müll in die Umwelt. Das muss doch nicht sein. 1,14 Gramm. Allein für die Verpackung. Und insgesamt, wie gesagt, 3,38 Gramm. Das sind ja im Jahr locker ein Kilo pro Kock. Wir Hetero-Männer haben diese Welt zu der patriarchalen Umweltverschmutzungsmaschine gemacht, die sie heute ist. Und es tut uns wirklich leid. Tut mir leid. Entschuldigung. Es tut mir leid. Man könnte natürlich auch vorher rausziehen und die ganze Ladung über der anderen Person verteilen, aber dann braucht die auch wieder Papier oder Wasser, um das alles sauber zu machen. Auch nicht so umweltfreundlich. Aber dann kam mir die Idee, sie lag eigentlich direkt vor unseren Augen. Die Zero-Waste-Lösung schlechthin. Filatio. Wir von Filatio for Future haben verstanden, dass es nur mithilfe von euch Frauen und Homomännern möglich ist, diese riesigen Müllberge zu vermeiden und den Planeten doch noch zu retten. Wir sind noch eine recht junge Bewegung, aber wir sind permanent dabei, neue Mitglieder zu akquirieren. Auch ein paar bekanntere Gesichter. Ich ruf mal eine direkt an. Ja, alles Gute noch mal nachträglich zum 18. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht unserer neuen Klimabewegung beitreten möchtest. Filatio for Future heißen wir. Naja, kannst du ja nochmal überlegen. Kriegen wir schon noch. Andere prominente Gesichter konnten wir allerdings schon für uns gewinnen. So schlecht schmeckt es doch gar nicht. Hilf auch du heute noch mit, die Welt zu einem saubereren und friedlicheren Ort zu machen. Filatio for Future. Save the Planet. Eat a dick. In dem Fall 666. Da weiß man auch, wie der will dahinterstecken. Imp ist der Beste. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.